Spiro 2 Okay Ein bisschen weird Okay, ja Das sollten wir schaffen, glaube ich Warum Was soll das sein? Eine Schnecke? Nein, eine Raupe, ne? Nicht eine Schnecke So, gucken wir mal Au, okay Das ist natürlich nicht so geil so Ich glaube, wir gehen gleich drauf Okay Und da sind wir drauf gegangen Okay Ein neuer Versuch Ein neues Glück Okay So, jetzt gucken wir nochmal Wie wir das Problem angehen Jetzt haben wir die kleinen Die großen gehen aber auch Die kommen ja netterweise zu uns runter Hier habe ich gerade irgendwas gesehen Was bist du? Eine Raupe Okay Die gibt uns Leben Das ist ja schon mal nicht schlecht Okay Die Level sind immer so groß In dem Spiel Man muss sich mal so genau umgucken Aber das macht das Spiel auch so schön Können wir hier irgendwie hochklettern? Wer weiß, was das bringt Anscheinend nicht Das Spiel möchte das nicht Aber, uh Edelstein Wir können keinen Doppelsprung Ich will unbedingt deinen Doppelsprung machen Das wird aber nix anscheinend So, wir gucken mal Was geht ab Ach komm Hallo? Könnt ihr bitte runterkommen? Hä? Warum wollen diese Assis nicht runterkommen zu mir? Ja, hallo? Ach ja, ich muss ja eh dorthin Das ist ein guter Tipp vom Spiel Würde ich jetzt mal behaupten Jupp So sind wir nämlich groß genug Dachte ich mir schon fast Dass wir das so schaffen können Gucken wir mal nochmal kurz Ah, knapp vorbei Na, noch ein Try So Ah, fuck it Alter Wir müssen das schon schaffen Jetzt haben wir es geschafft Gut Dann wäre das auch erledigt Oh, hier sind noch ein paar Edelsteinchen Ich habe Angst vor diesem Mini-Chicken Das sieht so böse aus So Gehe erst mal weg Dann gehe ich hier runter looten Gut, gut, gut So Denn wir lassen ja keinen Edelstein zurück In die Seerichtung, okay Dann gucken wir mal nochmal hier rüber Was geht hier so ab? Eine Speicherfee Eine Oh Okay, nice Ich wollte noch schnell mir die Raupe gönnen Ähm Welchen Vogel wäre abschießen? Den da? Wie kann ich den? Hallo? Ah, so Okay Okay Ich würde mal sagen Wir müssen diese Tür Einschießen Können wir den auch abschießen? Ne, so weit kommen wir nicht Aber das sieht Krass verdächtig Danach aus Als müssten wir das abschießen Okay Ein bisschen tiefer Und das da drüben auch Mal gucken Gut Wie kommen wir hier wieder raus? Erstmal looten So Und dort hinten auch Eieiei Jetzt haben wir zwei Wege natürlich offen Wie immer Was geht hier ab? Und warum können wir hier nicht rein? Das müssen wir gleich nochmal aufsprengen, glaube ich So, wo war dieses Ding denn? Ist es hier gelandet? Oder wo genau war das? Ich habe den Luftballon vorhin gar nicht gesehen Ehrlich gesagt Deshalb habe ich keine Ahnung, wo der gelandet ist Aber ja gut Ich gehe mal davon aus Dass ich alles habe Aber wir werden nochmal ganz kurz Dieses Teil hier Wir gucken Oh Wie schießen wir? Ne, ne, ne Ich will schon das Ich will das schon Hä? Ah jetzt Hä? Ich bin still confused Nehmen wir kurz die Raupe Hallo? Du musst den Schmetterling auch essen Schießen, bitte Ah ja, so, genau Bisschen höher Perfekt Genau, das wollte ich doch erreichen Lucht für uns So Jetzt müssen wir eigentlich dort weitergehen, ne? Gut Ich würde mal sagen Das war leicht erledigt Ja, diese Typen kommen mir irgendwie aus dem letzten Level des Ersten Teils bekannt vor Das Licht hat eh nichts zu bedeuten, glaube ich Gucken wir mal weiter Okay, noch mehr so Bombentypen Ein paar Vögelchen So Was macht der Typ hier? Eine Raupe nachher Oh, ein Schmetterling Süß So haben wir hier jetzt Hallo Oh, eine unendliche Quelle Das wäre jetzt aber auch nicht schlecht Wenn die hier rauskommen würden Aber ne Ich glaube, wir haben alles Hier gelootet Dann gucken wir mal weiter Was hier noch so geht Au, salut Noch eine Speicherfee Und wieder ein Geschütz Ja, das wird spaßig, Leute Das Hallo Ah ja So Wo ziehen wir zuerst hin? So Dann brauchen wir noch den Ballon Und den Schmetterling Wollte ich jetzt sagen Gut Ich glaube, fürs Erste Sollte es das gewesen sein Ja Die Frage ist nur Wo gehen wir zuerst hin? Ich glaube, wir gehen einfach mal hier rein zuerst Gut Dann haben wir das zu wenig What the fuck Ist jetzt los? Ja, ja, Leute Relaxed Ihr könnt mich gleich verfolgen Wenn ich Zeit dafür So, jetzt kommt her Komm her No, Leute Kommt ihr bitte her Aua Das hat sogar weh Gut Ah, je, je Das wird so langsam Das war nicht gerade gut Ein bisschen suboptimal Okay Das müssen wir noch ein bisschen üben Aber gucken wir gleich So Jetzt haben wir den auch erledigt Ich meine, wir müssen immer noch Wir müssen auch noch dort runter Auf jeden Fall Weil am Boden Ist ja auch noch Loot Oh Shit Oh Gott Nein Und da sind wir gestorben So schnell geht's Oh je Ach Gott Warum hat die Fee denn hier gespeichert? Das war nicht so nett von der Fee Gut Kann diese Fee bitte nochmal kommen? Wo war denn eigentlich diese Fee? Ich weiß gar nicht So Eieiei, okay Hier wird man ziemlich oft getroffen Das Leben gönnen wir uns kurz mal Kommen wir hier rauf? Klingen wir nicht, ne? So Aua Das tat schon ganz schön weh So Jetzt hätte ich gerne nochmal die Speicherfee Na toll So Hier unten Ich weiß Nein Den da drüben habe ich schon wieder komplett vergessen Und den hier auch Ehrlich gesagt So Ah Hier kommen wir also weiter Gut zu wissen So Hier ein paar Oh Das ist glaube ich nicht weit genug Okay Nice So Loot, 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 loot bitte Wie kommen wir dort hoch? Oder sind da oben eh keine gelandet? Das wäre natürlich ein bisschen suboptimal Ehrlich gesagt Wir müssen immer noch da runter So Aber gucken wir erstmal hier oben Uns um Ähm So Was für eine Explosion Zum Glück hatte ich meinen Helm auf Ach ja Der Colonel wollte, dass ich dir diesen Talisman gebe Sobald du die Verteidigung der Windbauer durchbrochen hast Gute Arbeit, Soldat Okay Ah nice Eine Bombe Und ein Heimatportal Eine Fee Gut, gut, gut Das heißt Wir müssen jetzt mal hier runter, oder? Ich glaube das wäre schon ganz gut Reden wir mal mit dir Ich bin Kleinbau Beep Und meine Kuhleks sind ausgewöchst Bei den vielen Kämpfen hier laufen sie ständig weg Kannst du mir helfen sie wieder ins Gehege zu treiben? Treib die Kuhleks ins Gehege Okay Ist das das Gehege? Können wir diese Tür sprengen? Das wäre schon ziemlich cool Und bist du ein Kuhleks oder bist du was Böses? Erstmal Leben Okay, ich glaube ich kann ihn nicht töten Hallo? Wo ist es? Ist das? Bist du ein Kuhleks? Du siehst aus wie ein Kuhleks Hallo? Oh, hier liegt überall So Bleibst du da drin? Eins vom Fünf Okay Das ist ja schon mal nicht schlecht Dann gucken wir mal Ob wir noch mehr von diesen Viechern finden können Hier haben wir noch einen Daher in die Ecke Komm, geh aus der Ecke bitte raus Dankeschön Kannst du bitte aus der Ecke rausgehen? Das wäre schon ziemlich sinnvoll So Und die Richtung ist eigentlich sogar ganz gut Ja Das ist sogar sehr praktisch, ehrlich gesagt So Geh da rein Ja, perfekt Wir haben uns hier noch gar nicht umgeguckt Hier ist noch ein Tunnel Okay Hier kommen wir wieder hoch Und hier ist noch ein Kuhleck Bringen wir mal den Kuhleck noch zurück Oh Gott Ich hab keine Ahnung mehr So Wir müssen dorthin Kriegen wir dich dort hoch? So Gut Ich glaube, das war gar nicht mal so übel Aber jetzt die nächsten Kuhlecks müssen wir noch suchen Hallo Nee, das ist die falsche Richtung So Irgendwie hängst du da gerade fest So Ich würde mal sagen, wir gucken zuerst unten, oder? Ist hier noch irgendwas, was wir vergessen haben? Nee Das sieht jetzt eigentlich ganz uninteressant aus Hier ist der Teleporter, mit dem wir wieder hochkommen Dann gucken wir mal hier rein Hallo Ei, 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 ei Was geht mit dir? Willst du nicht mit uns reden? Äh Finde den Professor Okay Ah Okay Okay Ich glaube, die nächste Quest versuchen wir dann danach Suchen wir erstmal noch ein paar Kuhlecks Dann gucken wir mal Oh Dann gucken wir mal Habe ich hier doch irgendwelche jetzt Edelsteine übersehen? Doch dort ist auch noch ein Edelstein Den gönnen wir uns kurz Bevor wir nachher wieder stundenlang suchen So Denn hier können wir noch hochgehen Das wird uns ja auch auf ganz neue Gedanken bringen Okay, noch mehr Adler Aua Leute, relax, mal eure Base Was geht ab? Ich suche eigentlich nur Kuhlecks So Wo ist der Adler? So Das War es erstmal mit dem Adler Dann gucken wir uns mal noch ein bisschen um Was geht hier ab? Okay, wir können hier eh langsam nach unten gehen Und mal alles looten Weil hier sind Kuhlecks Okay Na toll Die sind aber sehr ungünstig positioniert Oh Die Edelsteine habe ich gar nicht gesehen Kriegen wir euch denn hier hoch? Na, komm Okay Oh Gott Das wird schwieriger als ich dachte Hallo Können wir hier bitte hoch? Ah ja, hier ist das Teil Wo müssen wir hin? Zu einer Tür Okay Das könnte interessant werden Und hier brauchen wir auch nochmal Feuer Wir müssen mit dem Kuhlecks dorthin Okay Ich nehme an Das hat was mit dem Feuer hier zu tun So Wie kommen wir? Ah, dort kommen wir hoch genug So Schnell, schnell Hallo Und auf das Feuer Ah, auf die Kiste schießen Ist bestimmt Feuer So, dann gucken wir nochmal Ob wir die Kuhlecks Hallo Okay, der steht ganz ungünstig Diese Kuhleck Also gucken wir weiter hoch Hier war auch noch ein Edelstein Okay So Wie kriegen wir den Kuhleck aus der Ecke? Okay So Vielleicht Oder so Gut Das hat sich ja dann schon mal erledigt Brauchen wir da noch mehr Power Um den hier hoch zu kriegen Gut Und Ich glaube das war's Ich hoffe wir brauchen nicht Noch mehr Oh Ich dachte das klappt Hat es anscheinend nicht So Wir sind wieder oben Haben wir Ah, dort ist noch genau ein Edelstein Okay, den müssen wir uns natürlich schon gönnen Ich will wirklich keinen vergessen So Bam Äh, nur nicht übertreiben Nur nicht übertreiben Weil wenn wir die Viecher runterschmeißen Dann glaube ich Kriege ich eine Krise So Weg mit euch Hallo So Hier Du gehst da rein Komm schon Und mach halt die Oh Der ist glaube ich kaputt Oje Hallo So So Dankeschön Irgendwo da draußen sind noch zwei Kulex Aber ich habe sie seit Tagen nicht gesehen Oh, okay Wir können noch mal eine Kugel kriegen Wenn wir ein paar Kulex fangen Eieiei Das könnte natürlich interessant werden So Wir müssen jetzt glaube ich In diese Richtung weiter Dann gucken wir mal Also Romeo und Julia vereinen Sterben wir hier unten Nein, ich glaube nicht Oh, ich glaube ich habe gerade ein Kulex gesehen Ich bin mir noch nicht sicher So War da unten ein Kulex? Ne Ich weiß noch nicht so ganz genau Dort hinten ist aber eins Oh je Ich weiß noch nicht so ganz Wo wir hin müssen Aber wir schaffen das schon Hallo Kulex Ich weiß nicht wie ich dich dort hinbringen soll Aber wir schaffen das So Erstmal alles looten Dann können wir ja gucken Wie kriegen wir dich Dorthin Gut Das hat ja schon mal einigermaßen gut geklappt So Da oben geht anscheinend gerade einiges ab Hallo Mist De Kuhle Äh Puh Gehst du da drüber? Oh Oh mein Gott Ich glaube das war ja gerade knapp Over 9000 Die Frage ist nur Wie kriegen wir dich von hier dort weiter hin? Okay So Edelsteine Und hier ist das zweite Kulex Du musst glaube ich hier hoch Damit wir irgendwo hoch hinkommen Wir können gleich mal wieder eine Raupe gebrauchen Und wir müssen dort hoch Okay Ich glaube das ist so der nächste Plan Aber bringen wir erstmal die Kulex zurück Wenn das denn funktioniert So wie ich mir das vorstelle Aber hier Gut Oh shit Hohoho Das hätte jetzt aber easy in die Hose gehen können Okay Wie kommen wir jetzt dort rüber? So Nein Ach fuck Und hier gibt es kein Teleport Also kein Strudelgedöns So So wir müssen dieses Kulex erstmal ein Stück weiter nach hinten befördern Weil das ist Zu offen Dort Okay Ich glaube jetzt sollte es funktionieren Gucken wir mal Na Oh mein Gott Ich habe mich leider verdrückt I'm sorry So Gucken wir mal Jetzt sollte das hier funktionieren Oh shit Ja Was du machst Weiß ich auch nicht so genau Okay Das ist ja schon mal nicht schlecht Wir haben es fast geschafft Du bist oben Perfekt Komm Geh hoch Okay Ich glaube das eine verbraucht zu viel Platz Gut So Oh Gott Boah das wäre jetzt ziemlich witzig gewesen Wenn wir das in den Teleporter schmeißen könnten Das wäre schon ein bisschen lustig Okay Das ist oben Wo ist das zweite Uiuiui So Können die Viecher fliegen oder was Geht hier ab Mit ihren Ohren Sind es Kuhdombos Ach keine Ahnung So hoch Mit dir Und hoch mit dir So Der ist drin Dann fehlt nur noch einer Und fertig Ach dankeschön Sehr nett Können wir gut gebrauchen Das wird natürlich gespeichert Das freut mich Unsere Kuhleks Wie geht es den Kuhleks Mal gucken Ja die sehen eigentlich ganz süß aus